Andreas Christler, harter Kampf bis zuletzt, das war beinahe noch knapp geworden, mit einem besseren Ende für den HC Bustertal. Ja, kann man so sagen. Ich glaube, beide Mannschaften haben alles gegeben, haben super gekämpft. Bustertal hat ein bisschen einen besseren Start gehabt. Und ja, wir haben nicht aufgegeben bis zum Schluss. Wir haben gewusst, das Spiel dauert 60 Minuten. Wir schauen einfach, dass wir zurück in die Partie kommen, das haben wir dann geschafft. Und ja, am Ende war es knapp. Im Dinetttreffer war natürlich die Entscheidung dann, aber wir haben alles gegeben bis zum Schluss. Und ich glaube, es war für uns persönlich ein Schritt in die richtige Richtung nach der Niederlage in Wien. Wir haben heute super gekämpft, aber leider ohne Punkte.